Online-Geister, Hausmeistereien. Zweite Hälfte ist es ja nicht, wir haben deutlich mehr das Thema. Das Finale, die Hausmeistereien. Und damit hallo, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück bei Radio Korax, bei Online-Geistern. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand mit ein paar Meldungen aus der letzten Zeit, die wir interessant finden. Meldung Nummer 1, ByteDance, also das TikTok-Mutterunternehmen, drängt auf den VR-Markt. Auch im Hardware-Bereich erhält, Meta, jetzt hat eben nur Konkurrenz, Meta als eben Facebook-Unternehmen, Mama-Gesellschaft. Die haben ja Oculus Rift als ihre VR-Brille und jetzt will halt eben auch ByteDance, also das TikTok-Mutterhaus, im VR-Markt stärker mit reinkommen und haben das chinesische VR-Startup Pico aufgekauft. Und da gibt es halt eben auch eigene Headsets wie Quest 2, Pico Neo 3 etc. Einige werden, wenn ihr so in dem Bereich unterwegs seid, vielleicht schon mal von gehört haben. Das Besondere der Quest war doch, dass die freistehend ist, sie braucht also keinen angeschlossenen PC oder Konsole, meine ich. Dass man einfach nur so aufzieht und dann ist die ganze Technik bereits in der Brille drin, nicht nur das Bild. In jedem Fall ist halt eben ByteDance damit aktiv und macht halt auch da westliche Unternehmen Konkurrenz. Das heißt, da wird auch das Metaverse heißer umkämpft, auch wenn es ja wirklich erstmal nur ein Konzept ist, wie wir an unserer Thema der Sendung vorher besprochen haben. Aber viele Unternehmen sehen das halt eben als offensichtlich eine lohnende Investition. Okay, Amazon stellt Alexa ein, allerdings nur Alexa.com. Das ist ein Website-Analyse-Dienst, den wir hier auch schon mal zitiert haben mit den Website-Top-Ten-Ranglist-Frieden. Den gab es zwar jetzt seit 1996. Ein Urgestein der Website und Keyword-Analyse geht still und leise. Tja, sagt Amazon irgendwas dazu? Irgendwelche Begründungen? Gründe, Fehlanzeige, man bedankt sich nur für die Nutzung und das war es dann. Wahrscheinlich war es zu aufwendig, das war da zu betreiben, man hat kein Geld abgeworfen, zack, weg. Und das war dein Name gewesen, weil auch der Sprachassistent Alexa heißt, dass man gesagt hat, es ist zu irritierend. Gründe, ja wie gesagt, Gründe kamen keinem bei Amazon. Was ich auf jeden Fall persönlich empfehlen kann, einfach als eine Höherempfehlung, von SWR 2 Wissen, ein Podcast, Thema Krisen bewältigen, Resilienz und ihre Grenzen. Hatte ich mir vor einiger Zeit mal angehört und finde ich persönlich einen sehr guten Überblick über dieses aktuelle Hype-Thema Resilienz, also so geistige Widerstandsfähigkeit, weil da auch sehr viel gefährliches Halbwissen und so Küchenpsychologie mit verarbeitet wird, weil man halt so allgemein darüber spricht. Und da finde ich, hat SWR 2 Wissen, da finde ich einen ganz guten Überblick mitgegeben. Es ist sehr divers aufgestellt, mit vielen Meinungen. Ich habe da auch noch einiges drüber gelernt und finde ich halt einfach sehr hörenswert an der Stelle. Deswegen kurze Höherempfehlung von mir persönlich jetzt einfach nur. Link packen wir euch auch in die Shownotes, findet sich dann alles auf der Webseite. Genau, du hörst Wissens-Podcast, ich habe mir frische Rockbands angehört. Und relativ neu dabei sind Emil and the Sniffers und das Lied heißt Herz. Das war Herz von Emil and the Sniffers und damit sind wir jetzt endgültig am Ende angelangt und sind beim Back. Haben wir Feedback, Christian? Von unseren Hörern aktuell erstmal keines, aber ich denke mal, es dürften in den nächsten Folgen wieder kommen. Insofern hinterlasst uns gerne eure Meinung. Unser Feedback zur Folge auf jeden Fall war ein gutes Thema, war auf jeden Fall mal nötig, einfach auf so ein Schlagwort mit einzugehen. Aber ich glaube, ich sehe das Problem schon, ist es halt eben noch nicht sehr greifbar. Deswegen sind ein Feedstand einfach so nette Ideen. Es ist ein sehr weites Thema auf jeden Fall, weil es alles Mögliche sein möchte. Ich hatte vorhin eine grobe Idee. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine bessere Idee davon habe, aber ich habe auch das Gefühl, was gelernt zu haben. Deswegen auch als quasi unser Feedback zur Folge, kleine kurze Anfassung, was war das Thema vorhin gewesen? Metaverse, worum ging es? Um virtuelle Realitäten im weitesten Sinne oder halt eben um Simulationen, in denen man unterwegs ist, aber halt eben um, ja, viele sagen gerne nächste Evolutionsstufe des Internets. Und das ist halt eben auch irgendwo das Problem. Es gibt halt noch sehr viele Interpretationsrichtungen. Deswegen fand ich es persönlich auch wichtig, auf das Thema mal eingegangen zu sein, dass wir euch da halt auch einfach einen Überblick gegeben haben. Aber wie zu Beginn gesagt, wir können nur einen Überblick geben. Unsere Zeit ist hier, ist endlich. Und wer sich dafür interessiert, es gibt unzählige Dinge, die man sich einlesen kann. Verlinke mich alle in den Show Notes. Und wenn ihr Feedback an uns habt, gerne da lassen. Ansonsten, das war es für heute. Tristan hat mich gefreut. Tristan hat mich auch sehr gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht es um ein Datenschutz-Update. Das war Onlinegeister, Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.